Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem World of Warcraft Level Tagebuch. Wir sind ja jetzt hier quasi in Gundgarats angekommen, quasi in den schallenden Tiefen. Und da müssen wir jetzt ja mit Brinth... Sollen wir jetzt hier rumrennen und mit den quasi Leuten hier sprechen. Ja, das ist Brinth, richtig. Ach, hier ist irgendwo ein Rüstmeister schon wieder von dem Neuen hier. Ja, ja, Rüstmeister. Ach, stark. Was gibt es da? Eine Glühmilbe? Was ist das? Ach, krass, so ein Maulwurf-ähnliches Reit hier. Chillig, Mann, geil. Fühle ich aber auch anders den Punkt, cool. Okay, dann gucken wir mal hier weiter. Quest. Okay. Klingt ja jetzt nicht so, als ob da alles auch nach Plan läuft hier unten. Maschine! Ach, es kommen ja noch Kobolde. Ja, moin. Jetzt gibt es auch noch die Kobold-Angriffe. Boah, schon Level 80. Da waren schon wieder richtig hobbylose Suchtis am Werk hier, Alter. Schon Level 80 sind ja welche. Oh mein Gott. Wie lautet eure Anfrage? Diese Erweckungsmaschine. So. Mit den Sprechern sprechen. Beruhigt die Verteidiger von Gungaratz auf dem Weg zu den verlorenen Minen. Erstmal gucken, was wir hier jetzt haben. Kann ich mir einen Punkt vergeben? Ach, dann kann ich jetzt eigentlich das machen. Der einfache Angriff eures Hosts ist eine Chance von 20% die Abklingzeit zurückzusetzen und Tönegefühl ein zweites Mal mit einem normalen Schaden auszulösen. Ja, machen wir mal, würde ich einfach sagen. Joa, machen wir das jetzt einfach mal. Wir machen das nur spontan. Wie gesagt, wir machen das einfach mal in Ruhe. Wenn wir mal voll, ne, Maximalstufe sind, dann machen wir das mal komplett einmal durch, ne. Würde ich mal sagen. Seht euch dieses Chaos an. Verbeult und zurückgeschlagen, ohne etwas zu erreichen. Äh, müssen wir mal sagen, was denn ihm mal ist er das? Okay. Ich dachte, allen das gleiche. Prinz und ich regeln das hier. Jetzt kriegen sie scheiß Kobold erstmal aufs Maul. Wir haben... Kack für uns. Fremdling. Hinab in die Miene. Mhm. Sehr schön. Geht's wieder irgendwo ein Schatz? Irgendwo oben? Da seh ich doch irgendwas. Ja, Chunks, du könntest einfach mal was machen. Haufen Abfall. Okay. Oh, kann ich Kirschen an? Oh, das ist stark. Das machen wir auf jeden Fall mal. Kirschen ist immer gut. Schon mal. Ah ja. Kerzenkönig? Da sind wir mal ein Schatz dahin. Gucken wir mal. So, was haben wir denn? Kein Stein wird zurückgelassen. Kerzen bergt Identifikationsplaketten von gefallenen Irdenen in den verlorenen Minen. Und Koboldkonzentration tötet die eindringenden Kobolde in den verlorenen Minen. Und... Tod und Wachs bergt Flacken... Flackerflammenkerzen überall bei den verlorenen Minen. Okay. Wenn wir den Kerzenkönig entthronen, fänden wir Angriffe auf dem Lager schon möglich. Hier ist auch irgendwas. Unheimlich dunkle Truhe. Öffnen wir einfach mal. Ja, ein Haustier. Lol, geil. Ihr seht schon hier. Erstmal ein Haustier geholt. Cool. Nehmen wir mit, danke. Brauchen wir die? Ne, ne. Ich vermute nicht, aber ganz Kirschland wahrscheinlich. Deswegen gebe ich das gerade mit, weil das hier gerade rumlungert. Ja. Ich denke, es schadet nicht, hier mal was mitzunehmen. Ein bisschen schon mal Berufe zu skillen nebenbei. Also Kirschland ist ja easy. Genau wie Kräuter... Note? Danke. Genau wie Kräuterkunde und Bergboy ist ja auch so ein easy Ding. Na, ich meine. Hier müssen wir hin. So. Der Kerzenkönig. Guten Tag. Bam. Bam. Ah ja, das gab so Kerzensachszeug. Interessant. Okay, gut zu wissen. Wir gehen ja mal ein bisschen runter. Dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Was ist das da hinten? Ach ja, das ist von dem. Okay. Hier liegt... Ach, das ist auch so ein Kerzenwachszeug. Okay, dann nehmen wir das schon mal mit. Was ist das? Hallo. Guck mal, kriegst du das erstmal. Hä? Oh, irgendeine Quest bringt, also beschädigte Erinnerungen, bringt den verblassten Erinnerungs-Edelstein zu Brinth. Okay. 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 Das Looten ist im Moment noch ein bisschen buggy habe ich so den Eindruck. Dieses Bergbock könnte man ja auch schon skillen. Ich würde sagen wir nehmen den hier schon mal mit. Das Kerzenwachs. Wunderbar. Sieben haben wir schon von zwölf. Sehr schön. Hier ist auch noch ein bisschen Kerzenwachs. Jetzt liegt auch wieder so ein Abfallhaufen. Nehmen wir einfach mal mit. Schade denke ich mal eh nicht. Gerade am Anfang mal alles mitnehmen was geht würde ich mal schätzen ist keine schlechte Option. Hallo. Guten Moin. So ist es hier oben. Ach was ist er denn für einer hier? Sieht ein bisschen größer aus hier Dude. Größer Kobold aber hält auch nichts aus. So was muss ich hier noch machen? Ach die Plaketten nur sammeln. Okay. Hier kann man ja Drachen fliegen. Das geht ja eigentlich entspannt. Ah da hinten ist noch was. Da. Ja. Noch eine. Dann haben wir schon mal alle hier. Ah ja. Wunderbar. Oh. Kann ich Kirschen an? Nice. Nimm alles mit was geht. Kirschner mäßig ist das schon entspannt. Ohrwachs. Okay. Ausführliche Liste. Ich hätte nie gedacht für was die Wachsabsonderungen von Säugern alles nützlich sind. Wir geben das mal alles ab hier. Mögen die Tiefen weiter erschallen. Jetzt haben wir zerstörte Ingenieurskunst. Zerstört Minenausrüstung in den verlorenen Minen. Und Zahnradkauer knacken. Tötet Zahnradkauer in den verlorenen Minen und bergt seine Schlüssel. Zerstört damit die gestohlene Ausrüstung bevor sie Gundagas schadet. Okay. Okay. Ah hier ist diese Ausrüstung die zerstören muss. Ah ja. Interessant. Achso. Hier geht es gar nicht runter. Egal. Das ist soweit. Nehmen wir mal achten wir alles hierher. Machen wir mal ein bisschen hier Randale hier unten. In die verlorenen Minen. Hier ist auch noch was zum zerstören. Komme ich da dran? Ah. Mehr oder weniger. Doch hier. Ach hier ist sogar im Weg runter. Ok. Hab nichts gesagt. Hier müssen wir doch hin irgendwo. Hier soll doch dieser komische Typ sein. Was ist das? Ach Zahnradkauer. Ach den brauchen wir hier. Verstehe. Mit dem Schlüssel haben wir dann den kaputten Beschädigten da reparieren. Ja gut. Macht Sinn. Erhebt alles Sinn. Achso. Das war der. Ok. Verstehe. Mhm. Der hat ja vorher schon mal einer hier kaputt gemacht. Ja. Wir haben jetzt auch gleich die Quest hier auch schon fertig. Easy. Easy. Und easy. Dann haben wir das schon durch. Hey. Dann haben wir die verlorenen Minen hier auch schon mal hier unten. Die Quest schon mal fertig erledigt hier. Sehr stark. Sehr feiner. Guten Tag. Geben wir mal ab. Achja. Rückeroberung der Minen. Öffnet das Tor zu den verlorenen Minen. Ahja. Kommt wieder. Falls ihr weitere Fragen habt. Wir treffen euch drinnen. Freiheit gut. Aber Frontalangriff schlechte Idee. Okay. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. attacker. Ja, hat ja nicht ganz so gut geklappt mit dem frontalen Angriff zu sehen, aber das haben wir quasi diese Indie schon nicht freigeschaltet so. Belohnung wählen. So, Schicksalsmanifest. Macht einen Erkundungsklug und verteilt Schlugblätter im Hasenbau. Okay. Okay. Hier ist der Hasenbau. Interessant. Was ist hier? Ach, hier. Okay. Lol. Okay. Schrott sammeln immer wichtig. Schrott sammeln ist halt der Lifestyle, den nicht jeder hat. Da war noch einer hier. Krabblerinnen. Okay. Immer haben wir Essen. Kühne Kobolde. Befreit unterdrückte Kobolde im Hasenbau, indem ihr ihre Unterdrücker bezwingt. Und hier wird nichts verschwendet. Sammelt potenziell verwertbaren Schrott im gesamten Hasenbau. Öh. Vielleicht wird das jetzt sozusagen der Support hier, der Hasenbau. Dann hier so neuer Verbündeter hier. Guck mal. Gefällt dir das? Ja gut. Den krieg ich ja nicht angegriffen. Na ja. Guck mal ein bisschen rum hier. Was ist das hier? Okay. Die wurden von anderen befreit. Na gut. Nehmen wir den Schrott hier ein bisschen mit. Da muss irgendein Mob. Kann mal gucken. Hier oben ist irgendwas. Ach ja. Wer ist er denn? Da ist so ein komischer Kerzenkopf. Okay. 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 Oh cool. Der hat irgendwas gedroppt. Okay. Guck mal. Trägt mal Kirsch ne? Okay. Stark. Das verstehe ich ja. Aber das verstehe ich ja irgendwie nicht. wie ich die befreie hier. Ach hier ist so ein Aufsehertyp. Ah verstehe. Jetzt haben wir die dann die drei quasi gerettet. Okay verstehe. Okay. Das ist zu weit entfernt. Okay. Jetzt verstehe ich das. Das sind solche Aufsehertypen. So sehen die aus. Da ist wieder so einer. Wir haben wahrscheinlich einen anderen Spieler hier gekillt. Deswegen haben wir den nicht gesehen. Deswegen standen die hier so random rum. Okay. Das erklärt natürlich das alles. Okay. Das ist auch so ein Aufsehertyp. Genau. Jetzt haben wir die quasi auch gerettet. Hier die kleinen. Jetzt brauchen wir quasi noch welche. Ja. Den Schrott sammeln wir natürlich auch noch nebenbei weiter. Muss ja auch hier gemacht werden. Was für eine komische Scheißausfliege die mich attackiert hier. Was soll das hier? Du hast bloß so Freundchen. Was ist er für einer? Kannst du den Kirschner? Ne leider nicht. Na gut. Wir gehen mal hier hoch. Gucken was hier noch ist. Das ist ein Aufsehertyp. Du hast natürlich keinen gefunden. Na egal. Wir machen hier mal ein bisschen. Nicht so irgendein Schatz wieder. Ach hier. Guck mal. Da ist doch was hier. Durch Nester Unrat. Oh. Gab 5000 EP und irgendein paar Sachen. Ja. Und Ruf. Stark. Das ist doch geil. Hier ist nix. Da oben kann auch noch einer sein. In der Höhle irgendwo hier. Wo man hier eine Höhle ist. Ich sehe keine Höhle. Ich bin zu weit oben. Hier wahrscheinlich dann drin. Na ja. Hat er gerade gekillt. Nervig. Da haben wir sie. noch ein bisschen Müll sammeln. Bisschen. Durch Nesten Unrat. So. Was hat die Scheiße das Fliegel schon für ein Problem. Boah. Dieser Loot Bug. Der nervt ein bisschen. Das der immer sich so hinkniet und dann geht passiert immer nix. Hier liegt nirgends so ein komisches Würmchen. Das nehmen wir auch mal mit. So. Schön. Die haben leider keinen Unrat gedroppt. Verwertbaren noch. Die wir noch brauchen könnten. Die Boys haben mir gegönnt. Einen brauchen wir noch. Da liegt aber noch was. Sehr schön. Dann nehmen wir den noch einfach mit. Hallo. Dann werden wir die eh wieder sehen da oben. Ne. Doch nicht. Richtige sneaky Aktion. Was muss ich noch machen. Fast bei Incheid mit dem Gebräu. Ööööö. Okay. Achso. Ah. Okay. Verstehe. Hier. Nehmen wir mit. So. Hier muss noch irgendwas sein. Da ist so ein Abfallhaufen wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Ja. Nehmen wir auch mit. Richtiger Langfinger Move hier. Wenn ihm alles mit jemand keine Miete zahlt. Und wir haben sein Bartwachs gegen Blutbräu getauscht. Bartwachs. Spuckt der Flammen wie ein Magmaschacht. So. Wann haben wir denn besiegt? Fackel. Fletcher im Hasenbau. Und. Wachs drauf. Topf runter. Sabotiert die Wachstöpfe im Hasenbau. Super. Wie gesagt. Das machen wir jetzt auch noch gerade. Und dann. Ich habe schon einen guten Teil hier gemacht. Sehr schön. Das ist das hier. Ach hier. Das müssen wir doch doch sabotieren. Hier. Ne. Ich sage. Ich gehe jetzt zum Elite Mob. Dass der nicht permanent. Immer umgeklopft. Ach. Das war er. Ach. Okay. Das weiß ich was das. Das war er. Okay. Ich dachte das wäre der Rare gewesen. Das war gar nicht der Rare. Ha. PvP. Insigni regelt halt einfach. He. Au. Die kann ich noch looten. Okay. Perfekt. Dann haben wir ihn ja auch schon mal. Mal. Ich dachte das wäre der Rare Mob eben gewesen. War der gar nicht. Ups. Den haben wir sabotiert. Sabotieren wir mal hier die Wachskessel noch. Die beiden. So. Den. Dann den. Einmal hier den. Wunderbar. Und dann haben wir hier noch die 2. Und dann haben wir es doch glaube ich sogar schon hier. Sehr geil. Hier ist ja so eine Glühfe in der Nähe. Wahrscheinlich irgendwo da ganz oben schätze ich mal. Das machen wir nun auch noch mal Freunde. So diese ganzen Glühfen einsammeln und so. Ich denke erstmal primär sollten wir uns jetzt auf die Quests und aufs Leveln konzentrieren. Ne. Da kann man immer noch sagen man macht das da mal in Ruhe hinterher. So. Da sehe ich einen da oben. So. Einmal den erledigt. Einmal den erledigt. Wunderbar. Was nun? Oh das kommt. Und was ist hier? Ähm. Neue Kerze. Neue Hoffnung. Berg. Die Kerzenkrone aus dem Dunkelflammenspalt. Okay. Ja Freunde. Da würde ich doch mal sagen. Machen wir das aber in der nächsten Folge von unserem Quest Tagebuch. Danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Channel. Ihr seht Content ist immer vorhanden. Lasst ein Like dem Video da. Und schreibt gerne einen Kommi wie ihr es bis jetzt findet. Und da würde ich mal sagen danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut da rein. Peace out.